Und dann wieder in den kälteren Zeiten. Dann kommen diese Momente, wo ich schon gerne wieder die 100 hätte. Oder ich sag mal, Minimum 70. Also so 70 Zuschauer schon. Ja, 100 müssen es ja nicht zwingend sein. Hab ich ja eben geleckt oder was? What the fuck, D? What the fig? Ist mein Ping? Uuuuh! Ja, geh bitte runter, Ping, gell? Sehr gut. Ich wollt grad sagen, 120, hallo! Ich hab ja einen Smurf seit ein paar Tagen, aber hab halt wegen ein Ranken, Baden, Acht... Ja, ja, ja. Alles cool. Ja, mori!